Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem neuen YouTube-Video. Heute gibt es das lang ersehnte Video-Start-Tutorial mit diesem Effekt, wie ihr es im Titel schon gesehen habt. Und ich würde sagen, starten wir direkt. So Leute, als erstes speichert ihr euren Sound von TikTok in eurer Galerie. Dann drückt ihr auf Plus und für TikToks mache ich das eigentlich mal hochkant, aber da es ein YouTube-Video ist, mache ich es in Querformat. Dann drückt ihr auf Song auswählen, Videos, Galerie und drückt euren Song. Dann drückt ihr auf Video aufnehmen. Und hier bin ich. So, ihr habt hier unten eure ganzen Effekte, kennt ihr alles, aber wir wollen heute keinen Effekt haben. So, drückt auf dieses Rädchen, macht ihr ein bisschen runter, so passt. Und dann nehmt ihr auf. Genau, und jetzt zieht man sich um. Das mache ich mal schnell. So, da bin ich wieder. Und als nächstes drückt ihr aufs X, dann auf Neu, Video aufnehmen. Und ihr braucht einfach nur ein grünes Papier. Dann drückt ihr auf Plus. Und dann drückt ihr halt ganz links auf diesen Button, der ist jetzt schon mal mehr gedrückt. Dann drückt ihr auf Color X5. Und dann habt ihr hier euer grünes Papier, was schon fokussiert ist. Wenn nicht, geht ihr hier rauf. Ich glaube, ihr könnt halt ganz andere Farben noch fokussieren. Aber wir wollen ja das grün haben, deswegen, ja. Und dann drückt ihr auf grün. Passt. Und drückt hier runter und nehmt auf Neu aufnehmen. Und dann drückt ihr auf Neu, Multilayer Clip. In Layer Nummer 1 kommt das, wo das grüne nicht ist. Und in Layer Nummer 2 kommt dann das. Dann drückt ihr Maske hinzufügen. Da habt ihr ganz viele Funktionen. Ihr drückt auf Farbe und drückt dann auf euer grünes. Und könnt das hier auch wieder so ein bisschen verstellen. So. Drückt ihr auf Fertig. Und drückt auf Erstellen. Und dann sieht euer Video genau so aus. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einfach einen Daumen hoch. Und schreibt mir gleich ein paar neue Ideen für Tutorials in die Kommentare von VideoStar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Tschüss. Tschüss.